Hey Leute, Willkommen zurück zu Spider-Man! Ja, so, jetzt erstmal. Danke, dass ihr eingeschöldet habt, liebe Leute! Lalalalalala Leute! Und wir kommen zurück zu Spider-Man! Ja genau! Oh, viel lautlose Tech, das will ich jetzt nicht mehr schaffen! Oh Gott! Komm mal! Hier, fang! Ich bin schon dabei! Au! Boah, jetzt aber! Fang! Hey, was siehst du denn hier? Fang mal dein Kumpel! Oh, das war's ja! Oh! Ja, fang das! Warn! Achso, ich kann jetzt direkt einen Takedown machen, wenn ich ausweiche! Eine Eisendarm auf einem Tourbus! Eine echte New York Reality Tour! Spider-Man! Oh, jetzt gut! Jetzt will ich mal ganz kurz was schauen! Ich habe nämlich einen neuen Anzug, Leute! Geil! Der Spider-Armor-Anzug, MK3! Alter, sieht der gut aus! Dynamisches, semi-liquides Smart-Metall, das alle Kugeln außer Scharfschützenpatronen reflektiert! Aha! Kann ich leider noch nicht, weil ich habe immer noch diese Herausforderungsmarken und Verbrechensmarken habe ich auch noch nicht so viel! Oh, der selbstgemachte Anzug! Ja, also nochmal schön, dass ihr immer damit fleißig bei seid, Leute! Ihr gemeine Netz-Schwingerchens! Ihr seid nicht gemein, ihr seid total nett! Wenn ihr das hier liked und alles, da freue ich mich immer sehr! Äh, so! Und ihr habt ja gesehen, das zahlt sich auch aus! Wenn man das macht! Denn Garechiro hat letztes Mal ja schon das Spiel gewonnen! Vorletztes Mal, glaube ich! Alles klar! Kettenfinisher! Jetzt kann ich zwei Finisher auf einmal ausführen! Ich habe ein Netz! Ich habe ein Netz gemacht! Ist gut, ne? Voll gut! Ach, hier! Guck mal, Doc Ock hat ja noch ein Nebenbisschen für uns! Ist denn noch eine Taube? Sind die nur tagsüber da? Ne, da ist noch eine! Ja, wisst ihr was? Ich meine jetzt mal die Tauben hier! Wie viele sind das? Äh, ist da nicht noch eine? Hm, doch, da ist noch eine! Bin ich gerade in der Nähe! Ja, bin ich sogar sehr in der Nähe! Da mache ich die erst mal! Stimmt, das war ja die, die so weit oben war! Genau! Ach Gott! Oh! Hiermit brich ich hier ein bisschen an! Genau! Wow! Nein, ich habe keine Zeit für Interviews! Ha! Ah! Ich bin im Netz der Kriminalität hier ein bisschen gefangen! Ich stehe da Netz! Äh, ja! Was gibt's da zu tun? Und den Mond! Auch wenn sie mich nicht mögen, ich muss dazwischen gehen! Ja, ja! Oh! 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 Bam! Habe ich jetzt alles gemacht! Oh! Habe ich sogar! Das ist immer... Man sieht das so spät, finde ich manchmal! Wo ist das Täubchen? Täubchen! Täubchen! Da oben! ja silver sable maxi g natürlich war ich jetzt lustig sie sind echt genauso aus hoch das wollte ich gar nicht ich wollte nicht den elektroschlag egal ich wollte sich ja das täubchen darüber okay ich komme schon ich weiß selber die kommen schon klar die schießen die wahrscheinlich die jagd beginnt langsam Okay, Top Speed. Töpchen. Töpchen. Ah, ich krieg das jetzt. Reicht doch. 11 von 12. Ich hab noch eine zu fangen, dann hab ich alle. Ah, ich glaub das Verbrechen ist schon wieder vorbei, ja. Ja, sieht so aus. Okay, dann hol ich mir doch die letzte Taube Leute und dann geht's weiter mit einer Nebenmission. So, erstmal schön schnell reisen. Huch. Aua. Ah, ich mag die Kostüme so gerne und ich brauch die, ich brauch jetzt endlich mal die Herausforderungsmarken. Hi, na. Nettes Kostümkumpel. Bist du wieder der Typ da, der mit dem schwarzen Gürtel? Den fand ich ja ganz nett. Und ihr habt mir schon gesagt, dass Miles, ich hoffe das ist kein Spoiler jetzt, wirklich. Und Miles, der wird wahrscheinlich auch noch ein Spider-Man, weil der bekommt auch noch Superkräfte. Ich sag ja, ich bin nicht so in den Comics drin. Ich fühl mich halt nicht so gut aus mit der Lore. Ha, eine Taube. Oh, komm zurück, Vögelchen. Hör. Natürlich liegt sie da mitten durch. Hey, Täubchen. Täubchen. Na nett, so Onkel Peter. Oh nein. Oh, ich mach nicht so beinahe. Bleib doch mal. Äh. Hör. Häppchen. Ha. Nicht heim, Süße. Komm alle. Ha, ha, ha. 12 von 12. Mal sehen, was mein Kumpel Harf jetzt sagt. Hör. Ha. Ha. Sehr gern, Howard. Die Vögel sind froh, dass du da bist. Na ja. Sandra kam besser mit ihnen klar. Es sind eigentlich ihre Vögel. Und weil sie nicht mehr da ist, sind es deine. Es ist so, als ob etwas von ihr weiterlebt, weißt du. Ich verstehe ganz genau. Du bist ein guter Mensch, Howard. Komm einfach vorbei, wenn du die Familie mal besuchen willst. Clarence sagt, er vermisst dich. Danke nochmal, Spider-Man. Natürlich sagt Clarence, dass er mich vermisst. Clarence ist auch ein cooler Tipp. Eine coole Taube. Was für diese Forschung brauchst du einen Bodenschlag? Na sowas. Oh, der den Bodenschlag. Aufheben. Oh nein, da brauche ich ja noch mehr für. Okay, dann machen wir das erstmal. Äh, ist klar, da kann ich das jetzt noch nicht machen. Kade. Kann ich das hier schon machen? Oh, das ist erstmal die ganzen Bombenschweine. Und schlank ich es mir von JJ gehört. Geht es ihm etwas schlecht? Ist er etwa tot? Oder schlimmer noch? Er ist zu einer KI geworden und kann jetzt reden, wann er will. Oh, wow. Wow. Offenbar gibt es einen deutlichen Anstieg der Drogengeschäfte in unserer schönen Stadt. Und das sind nicht die Dämonen oder Wilson Fisks, Leute. Die Verbrecher werden durch die Bank frecher. Was? War das schon? Das war schon seine ganze Message. Die Leute werden durch die Bank frecher. Ist ja gut. Vielleicht das von der Entfernung? Nee. Vielleicht war ich das. Vielleicht war ich das. Oh nein. Wir sollen alle mal weiter gehen. Hey! Ist das Dach besetzt? Oh, das war sogar Gefahr. Nein, nein, nein. Oh, tschüss. So viel zu Overtüre. Der Hauptakt findet drin statt. Geht's denn hier rein? Sag mal. Ach, da. Ja, wenn es ein offenes Dachfenster gibt, ich spinne nicht weit. Tada! Ich mach das so gerne hier. Diese Nester ausnehmen von den blöden Dämonen. Arschbacken. Guck mal, diese Krallen. Es ist jetzt voll Kätzchen-Outfit. MJ, ich bin am dritten Ort. Heute ist anscheinend Maskentag im Büro. Endlich ein Job, wo du gut hinpassen würdest, bis du mit Face-Kicking anfängst. Ja. Sowas irritiert die Personalabteilung. Face-Kicking ist das etwa so der Art... Ist das jetzt ein Finisher? Ne, ne? Wollte schon sagen. Ist das etwa so eine Art Fetisch, Face-Kicking? Ich will's gar nicht wissen. Oh, schwupps. Oh, was soll's. Jute Nacht! Na, wer will die Stolpermine auslösen, Kinder? Oh, was? Die haben nichts mitgekriegt? Oh, was? Die haben nichts mitgekriegt? So. Schwupps, Leute. Habt ihr gewollt, ne? Kriegt er. Oh, schwupps. Schaut her! Na! Tink! Und fängt! Oh nein! Börsenmakler! Oh! Hab gerade die Masken bemerkt! Hey, nur noch mehr? Was zwei muss ich machen? Was war das denn? Oh, da ist ja einer. Oh, das haben wir. Macht mal Jungs, ist gut für euch. Und Peng. Wie sie fliegen. Peng. Mit denen ich gerade den Boden gewischt habe. Peter, das Geschäft importiert Computerteile. Ist mir neu, dass jetzt Laptops aus Waffen hergestellt werden. Also ist es ein Waffenlager? Nicht mehr lange. Ich räche mich jetzt für Jeff Davis und alle, die im Rathaus getötet wurden. Oh ja. Da sind noch mehr, gut. Ich wollte fragen, was macht ihr in euren Masken, wenn ihr niesen müsst? Für mich ist das echt ein Problem. Ja. Alles voll schlotzen wahrscheinlich. Oh Leute, schon 60er Combo. Was ist los? Oh nein. Habt ihr mal ne Combo versaut? Oh, Schweine. Ich glaube, es hackt. Hey, noch mehr Besuch. Kommt rein. Zitzt euch hin. Wir spielen Scharade. Oh ja, Scharade. Na. Oh. Bam. Au, du blöder Peitschenarsch. Hier, fangen wir das Regal auf. Oh, der ist grad ausgebiegen. Was für Schweinebacken seid ihr denn? Heilschen August. Heilschen August. Wo bleibst du die ganze Zeit jetzt liegen? Das ist mein persönlicher Blitz. Blitzgefährte. Oh, das war ja schon. Das war es schon. Hat Spaß gemacht. MJ. Hier ist jetzt alles ruhig. Du übertreibst es jetzt aber nicht, ja? Was die gemacht haben, war grausam. Aber das bist du nicht. Ich kann dir noch gerne mehr eins auf die Schnauze geben. Ich mein, wenn das grausam ist, dann weiß ich ja auch nicht. Die bringen Leute um und Spider-Man der Haut sind noch ein bisschen zu klump. Das ist doch okay. Das ist voll okay. Ich überlege gerade. Habe ich nicht schon irgendwo? Nee, Herausforderungsmarken gab es noch nicht, ja? Wie viel sind denn das jetzt eigentlich noch? Hier Dämonenjäger. Äh, Dämonenlager ist weg. Hier ist noch. Forschungsstation sind noch zwei. Dämonenverbrechen zwei von fünf. Vielleicht nicht was beim Doktor. Ich geh mal zum Doc. Hatte ich da auch noch eine Nebenmission? Warum ploppt die jetzt nicht auf? Ich find der Anzug, der sieht echt am stylischsten aus fast schon. Das passt halt alles. So fiese rote Augen und dann, ne? Aber ich ziehe trotzdem was anderes an. Den hier nochmal. Der find ich auch ziemlich cool. Oh, ich wollte ganz sagen. Hier, Doc. Boomstone unterwegs. Und ich muss hier nochmal zum Howard, äh zum Howard, zu Howard, zu unserem Taubenmann. Der hat wahrscheinlich eine Belohnung. Ich weiß nicht, was kann der uns schon als Belohnung anbieten? Augenkacke. Nein, das ist gemein. So, ich hab ja erst letztes Mal die ganzen Sachen durchsucht. Also ich kann jetzt wahrscheinlich eh nichts machen mit den Stoffen oder mit den Chemikalien. Oh ja, direkt hier neben Quest. Ist klar. Kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen? Alles klar. Okay, was brauchen wir denn? Fünf. Und ich habe... Drei, drei, eins, zwei... Okay, gut, dann ist nicht so schwer. So. Dududun. Oh, Sekunde. Oh, muss ja auch durchlaufen. Fünf. Und das war's schon. Die Dinger für dich immer nicht einfach. Zeit für einen Test. Ist ja auch nicht wirklich schwer. Die anderen sind dafür ein bisschen schwieriger für dich mit den Stoffen. Muss man halt ein bisschen kombinieren. Und wenn man dann was Falsches kombiniert, ja, war's das halt. Oder man kann von vorne eben anfangen. Weil das hier sind normale Additionen und Subtraktionen. Wird gern mal wissen, was Peter hier auf seinem Level für Sachen lösen muss, was für Aufgaben. Das wäre krass. Einfach dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will. Alles klar. Oh Gott! Der macht mir echt Kopfschmerzen. Spider-Man, wenn er möchtet. Und durchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Ja, und Tombstone ist dazu noch verdammt gruselig, Leute. Er hat auch ganz fiese Zähne. Ich glaub, der tötet sogar, oder? Natürlich tötet er. Ja, ich mein, das ist ein skrupelloses Schwein. Natürlich. Warte doch mal einen weg. Hoho. Oh. Da ist er. Ich hab ihn gesehen. Der Transporter. Ist er? Oh ja, ist er. Da. Der Laster. Hi. Na, ihr Sonntagsfahrer? Das ist leider mein Kopf vorbei. Da ist niemand mehr am Steuer. Ah. Verstärkung. Schieß, bevor jemand anderen einst. Mal, dass du dich einnimmst. Hey. Die ganze Bande ist da. Spinnenkrise. Ich muss durch. Aus Reinjogs. Wir besiegen ihn. Dein Problem, ha? Oh, der ist so futsch. Hey, fang mal den Kuni-Deckel. Hoppala. Fang mal das Bike. Fang mal das Bike. Ha ha ha. Das geht sogar. Hey. Was ist er denn? Oh, tschau. Mach's gut. Das war's nicht ja schmerzhaft. Auch nicht so sehr, wie du denkst. Oh, ich wollte nur eine verpassen. Puh. Biker erledigt. Mal sehen, was im Laster ist. Hm. Chemikalienbehälter. Aber alle sauber geschrubbt. Offenbar kommen die alle vom Alchemax-Werk in Haarlem. Aber was war in ihnen drin? Haarlem ist im Norden. Das Geräusch bedeutet... Oh. Haarlem ist doch im Norden. Ja. Haarlem. Alchemax. Aber ich werde wahrscheinlich so ein bisschen gucken. Das Ende unserer Blitzrunde. Sollte mal bei Alchemax vorbeischauen und herausfinden, was in diesen Fässern war. Tombstone plant da was. Wahrscheinlich illegal. Definitiv gefährlich. Okay. Das ist abgeschlossen. Hey, Leute. Alles gut? Okay, das war's schon. Na, nochmal über die Hauptmission weiter. Ups. Ich werde nicht mal die Herausforderungsmarken hier. Ich mag das Schwingen so gerne. Guck mal hier. Ja, ja, ja. Und dann wieder sowas hier. Das ist so geil. Einfach nur. Die Fortbewegung. Das ist das Beste, was es gibt. Schwingen, Leute. Glaub mir, schwingen. Super. Sieht militärisch aus. Schräg. Das hat's gehört. Spiderman. Du hast einen Aufklärungspunkt gefunden. Wer ist da? Falsche Frage. Die richtige lautet. Kannst du meine Bomben entschärfen? Und wieder Bomben? Das wird langsam langweilig. Der einzelner Mann hat in der ganzen Stadt Aufklärungspunkte verteilt. Jetzt kriege ich die Herausforderungspunkte. Meine Güte. Für die auch mal Zeit. Was ist das denn hier? Oh. Drohnenherausforderung. Ach Gott. Rotenteams, hier Zentrale. Wie ist unser Status in the Yards? Außenposten X-Ray wird angegriffen. Die Dämonen. Boah. Na, machen wir das mal. Oh, hier ist ja direkt eine Bombe. Huch. Ich bleibe mal lieber einbefreund. Okay. Die Leute in den Dachgeschosswohnungen sind jetzt richtig sauer auf euch. Alter. Wer schießt denn da? Also das die... Sind das die Silversable, Leute? Was ist der Anruf von Tante Moe? Peter. Ich hab mit Miles Mutter gesprochen. Sie wäre froh, wenn er hier anfängt. Die arme Frau traut selbst. Kann aber für ihren Sohn stark sein. Sie braucht einfach mehr Zeit für sich. Und er soll sehen, dass das Leben lebenswert ist. Das war ein sehr fürsorglicher Vorschlag, Peter. Ein Vorschlag, der Pench stolz gemacht hätte. Oh. Oh. Ja, da muss das wohl, ha? Ja. Ja, holen wir das mal. Das bleiben können. So. 300 Punkte. MJ, was hast du über Isaac Delaney rausgefunden? Sieh dir das Bild an, das ich geschickt habe. Welcher ist Delaney? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du zur Party, um es herauszufinden. Wie gut, dass ich schon ein Kostüm habe. Ja, zur Party. Dieser Computer zeigt Bomben im gesamten Viertel. Und sie gehen gleich hoch. Beeilung jetzt! Das ist ja so... Ja, das ist ja eine Challenge, ne? So ein Zeitding. Mir bleibt nicht viel Zeit! Okay. Na? Bei die... Meine kann scheiß. Boom! Das Dynamit! Okay. Noch eine! Beeilung! Schaffen wir! Oh nein! Das hätte besser sein können! Was? Ich mach das nochmal. 16.000 Punkte? Wie soll ich das dann? Muss ich schneller sein, oder? Ja, wahrscheinlich muss ich schneller sein, einfach. Na gut, dann. Würde ich nicht immer so einen Quatsch machen, dann würde das vollkommen funktionieren, aber so. Mir bleibt nicht viel Zeit! Oh! Okay, hier wäre geschafft! Wer ist der da? Wo ist die letzte Bombe? Wo ist die letzte Bombe? Das war echt knapp! Gute Arbeit mit den Bomben, aber nicht beim Werfen. Du wirfst so ungenau. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Spiele sind für Kinder. Spiele sind für Kinder. Ich bin Profi und der, der auch so bezahlt. Dann verschwendet dein Kunde sein Geld! Manchmal sind Informationen mehr wert als Geld. Und ich habe viel von dir erfahren. Hast du ja? Was ist das nochmal für ein Kerl? Wie ist dann am nächsten? Wir machen mal die noch mit. Ich habe ein paar Herausforderungspunkte, Leute. Das ist voll gut. Ich kenne den Killer. Äh, Killer. Den Killer. Ja doch, den Kerl kenne ich auf jeden Fall. Was ist denn nochmal? Ah. Wie gesagt, ich bin nicht ganz so fest, was die Lore angeht von Spider-Man. Sie ist hier Zentrale. Der Boss will ein Update zum Theaterviertel. Over. Zentrale, unser Transporter wird von Dämonen angedrückt. Was muss ich denn hier machen? Ich helfe lieber denen, die nicht das Rathaus in die Luft gesprengt haben. Luftschleuder. Hey, ich habe nichts mit den Typen zu tun. Aber ich vermöbel euch trotzdem. Was ist der Edu? Und jetzt, die sind doch noch mal. Und dann, die müssen wir auch hochwerten. Hier ist alles gut. Du. Die sind doch nicht. Haha, der auskommt. Willkommen. Oh. Du bist. Ja. Der ist wirklich gut. Schatz, wenn du nicht verhindern soll. Ja, irgendwas. Und was ist. G hypocrite. Das ist goal. Wir sind auch? Okay, die haut ihn noch zur Kluft. Hey, 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 Jungs. Muss man nicht gleich töten? Man kann die auch Krankenhausreif schlagen, mehrfach. Okay. Gern geschehen. Oh, bitte. Habe ich gern gemacht. Leute verhauen, ist super. Ja, wait. Gut. 12.000, ne 1200, bäh. Das ist immer ein bisschen... Ja, man muss sich halt sehr beeilen. Oh Gott. Die Bomben entschärfen sich nicht von selbst. Ja, sagste wat. Okay, schneller. Das ist sehr gut. Oh, ich muss höher. Nein. 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 Geht aber, das schaffe ich eigentlich doch locker. Das schaffe ich doch locker. Wäre ich mal in der Schule so gut gewesen. Sechs Herausforderungsmarken. Eieiei. Geile Sache. So, ich würde sagen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, nicht mehr so viel. Ich mache noch mal eins von diesen Dingern hier. Hier oben noch eins. Nördlich. Oh, das ist aber ganz weit im Norden. Ich finde so krass, dass halt jetzt jeder irgendwie uns ein bisschen an die Karre pinkeln will. So. Machen wir das letzte. Die Herausforderung. Und dann ist es glaube ich auch mal gut. Achso. Ich kaufe mir dann die Anzüge noch. Ah, schön. Dann sehen wir noch ein paar Anzüge. Ja, ich bin der echte. Der goldene Gott. Mit dem Schnicken. Er will es nicht wahrhaben. Wer ist der Spider-Man? Keiner traut ihm mal so ein bisschen die Maske vom Kopf zu ziehen. Ich meine, soll sich auch keiner wagen natürlich. Aber. Oh, das ist schon geil. Vierfach Schaden. Was haben wir noch da? Hier. Monster Tarnanzug. Spider-Man Armor. Nehmen wir mal die Herausforderung hier. Zack. Geil. Nackte Angst. Das ist schon krass, ne? Ich kann gar nicht, ob ich das gleich mal. Gegen so einen Schurken kämpfen muss. Das ist schon cool, dieser Leuchtenanzug. Da. Vorsicht, nicht so schnell. 1400. Ach, das ist immer so. Wenn es mehr als drei sind, ist es auf jeden Fall einfach, würde ich sagen, oder? Ja. Oh, sind drei. Huch. Schnell. Die Bomben könnten gleich hochgehen. Das ist ein bisschen schwerer, glaube ich. Was? Wenn es so kurz Zeit ist, ist es nur schwierig. Oh, nein. Noch eine. Beeilung. Ja. Na, der Perfektion. Ah, verdammt. Was? Ich muss es erneut versuchen, Leute. Das gibt es doch gar nicht. Was habe ich jetzt falsch gemacht? War ich zu langsam? Vielleicht war ich zu langsam. Ach, ist das ärgerlich. Aber der Anzug ist cool. Der Monster-Tarnanzug. Ne, Quatsch. Das war der andere. Die Bomben entschärfen sich nicht von selbst. Das ist echt gar nicht so einfach. Boah. Muss ein schneller sein. Noch eine. Beeilung. Schon wieder. Sogar noch schlechter. Das geht es ja nicht. Was mache ich denn falsch? Ich kann nicht mehr als schießen, oder? Also, ich muss ja nicht mal zielen. Das macht er ja automatisch, wenn ich schieße. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja ätzend. Also, einfach noch mehr Geschwindigkeit, ja? Ich muss die Bomben schnell entschärfen. Einfach nur schwingen. Jetzt müsste ich aber noch ein bisschen mehr Speed drauf haben, oder? Ja. Noch eine. Ja. Komm schon. Nein. Das war sogar noch schlechter. Nach dem was doch hier. Spidy. Fast großartig. Das geht's doch gar nicht. Das droge ich mir auf eine Visitenkarte. Leute, ich mache mal Schluss hier an der Stelle. Ich versuche es jetzt nochmal. So 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Mal. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Spider-Man beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Nachts, shame zulke. Tschüss. Vielen Dank.